willkommen in der nockenklötzenscheune mein name ist block sound freunde heute hätte ich eigentlich auch hier wieder die europäische flagge hin hängen können denn es ist soweit ich stelle euch heute den euro fighter der bundesdeutschen luftwaffe vor die 5848 da hinten steht die 5843 und ihr könnt auch oben auf dem i das video dazu sehen zur raff version des eurofighter typhoons hier aber wie von vielen von euch gewünscht die wie gesagt der bundesdeutschen luftwaffe und deswegen auch unsere schöne friedliche demokratische nationalflage da hinten freunde kommt mit mir jetzt bitte auf den bautisch dann schauen wir uns dieses set des jäger 90 genauer an ja freunde da haben wir das kobe set 5848 mit 644 steinchen auf dem bautisch liegen unseren euro fighter im maßstab 1 zu 48 in einen lebensbejahenden grau dieser ganze karton spricht ja hier quasi eine lebensfreude aus nein ich finde ihn recht langweilig natürlich aus der armen forces kobe sonnenuntergang und ein zweiter euro fighter schauen wir uns die rückseite an übrigens freunde das flugzeug retter die markierung 3028 ich habe einfach mal bei der luftwaffe gefragt was das für ein flugzeug ist ob die bundesdeutsche luftwaffe hier der bundeswehr mir eine antwort gegeben hat das erfahrt ihr im video wir haben zum ersten mal hier so richtig schön schwarz rot gold auf einen standfuß finde ich richtig cool da die fakten die ihr gleich bekommt und die plate features dass wir hier die klappen bewegen können natürlich geht auch hier die kanzel auf wir haben das querruder und wir haben diese schönen metallik lackierten abgasanlagen bzw die triebwerke bei der china version der raff war das ja nicht so schön aber wie von vielen von euch gewünscht endlich einen euro fighter hiermit voller bewaffnung ja dann wollen wir mal gucken wie schwer bewaffnet der karton von innen ist liebe freunde ja freunde da haben wir die zwei tüten die bautüte 1 und die bautüte 2 auf dem bautisch liegen sowie die anleitung und freunde ich habe ja eben gerade noch geschimpft dass ich den karton hier langweilig finde umso cooler finde ich aber hier die rückseite mit den blitzen und dem nebel richtig cool so würde ich mir übrigens mein richtiges dreh setup am liebsten auch vorstellen mit so watte wolken und gewitter mit led stripes richtig cool oder nein freund ich bin ja kein netz player ich bin ja ein netz klemmer und da machen wir auch gleich weiter ich habe es euch gesagt tüte 2 tüte 1 die reißen wir nacheinander auf vier haufen bauen drauf los dann wenn in der anleitung die zwei kommt aber das zeige ich euch jetzt klammer gebunden ab acht jahren hier dafür wieder langweilig schwarz weiß das ist aber immer so dass kubi hier das bild wecken nimmt traurige zwiebel und so weiter und sofort pad printed keine sticker das ist ja super und auch die anleitung wurde in der eu gedruckt nach allen umweltrichtlinien so dina 4 da ist es wie ich gesagt habe tüte 1 mit der fangen wir an also tüte 2 geht erstmal aus dem bild wir reißen sie auf hier wahrscheinlich nicht so viele farben die wir bauen werden der erste bauschritt hier die steine die wir brauchen sehen wir hier im rechteck mit den rundigen ecken oder abgerundeten ecken und hier ist dann der bau step 2 der farbige während der erste hier schon wieder ausgegraut ist feile weisen uns den weg und kubi hat keine seiten zahlen wir sehen dann dass wir mit dem bau step 76 den stand fertig gemacht haben und 77 den letzten den stand an unseren euro fighter anbringen und den euro fighter haben wir fertig hier beim bauschritt 70 ich finde es cool dass wir endlich ein set der luftwaffe haben der bundeswehr richtig cool letzte seite alle steinchen wir sehen schon ein traum in grau wenn euch steine fehlen dass dieser übersicht könnte sich hier reklamieren und dann immer das schönste hier die werbung ich kann euch sagen dass ich hiervon kein set gebaut habe und noch kein gekauft habe aber hier auf der rückseite schaut mal oben auf dem i da seht ihr hier die china und wenn ich noch eines dieser setzen mich hier besorgen soll schreibt mir bitte unten in die kommentare ja freunde aber nicht schreiben sondern bleiben zum klemmen freunde ich habe jetzt bock den euro fighter zu bauen und ihr doch sicherlich habt bock jetzt den fakten zu lauschen oder ja freunde so machen wir es klemmen bauen bis gleich speed bild zeit ist fakten zeit und da wir neulich erst über den euro fighter gesprochen haben lasst uns doch heute mal über die bundesdeutsche luftwaffe sprechen die gründung der bundeswehr im jahre 1955 markierte einen wendepunkt in der deutschen militärgeschichte nach den verheerenden ergebnissen des zweiten weltkrieges und der auflösung der wehrmacht war die schaffung einer neuen streitkraft von entscheidender bedeutung am 9 januar 1956 wurde die luftwaffe der bundeswehr offiziell gegründet wobei generalmajor werner panicki als erster inspektor die leitung übernahmen viele ehemalige piloten der luftwaffe des zweiten weltkriegs waren teil der bundesdeutschen luftwaffe die frühen jahre der luftwaffe waren von einer intensiven phase des wiederaufbaus und der modernisierung geprägt als eine der jüngsten teilstreitkräfte begann die luftwaffe mit einer begrenzten anzahl von flugzeugen hauptsächlich ehemaligen alliierten maschinen die westintegration der bundesrepublik deutschlands führte zur aufnahme moderner flugzeugtypen wie der f84f thunderstrike und der f104 starfighter in den 1960er jahren ein entscheidender wendepunkt für die luftwaffe war die deutsche wiedervereinigung im jahre 1990 dies führte zu einer umfassenden modernisierung und integration von luftfahrzeugen und ausrüstung aus der ehemaligen nationalen volksarmee der deutschen demokratischen republik die nun vereinte luftwaffe begann ihre fähigkeiten weiter zu entwickeln und in hochmoderne technologie zu investieren in den folgenden jahrzehnten führte die luftwaffe verschiedene flugzeugtypen ein um eine breite palette von aufgaben zu erfüllen der eurofighter typhoon ein vielseitiger mehrzweckkampfjets wurde in den 2000er jahren eingeführt und stellt eine wesentliche komponente der luftverteidigung dar basierend auf den ersten entwürfen des types als projekt noch jäger 90 genannt die 1060 transaltransport flugzeuge die seit den 1960er jahren im einsatz waren wurden schließlich durch den modernen airbus a400m transporter ersetzt der eine größere nutzlast und reichweite bietet die luftwaffe sah sich auch neuen herausforderungen gegenüber die internationale sicherheitslage änderte sich nach dem ende des kalten krieges drastisch die teilnahme an friedensmissionen und humanitären einsätzen im ausland wurden zu einem wichtigen aspekt der luftwaffe beispiele hierfür sind der einsatz in afghanistan im rahmen der isf mission und die luftunterstützung bei internationalen hilfsmissionen die luftwaffe der bundeswehr steht heute vor neuen herausforderungen und möglichkeiten die rasante technologische entwicklung eröffnet möglichkeiten für innovative lösungen im bereich wie drohnentechnologie cyberabwehr und weltraumüberwachung die fähigkeit zur luftverteidigung bleibt jedoch weiterhin von zentraler bedeutung da moderne bedrohungen wie unbemannte flugzeuge und ballistische raketen auftauchen sowie ein wichtiger aspekt ist die sicherung der ostflanke im rahmen der nato als teil der luftraumüberwachung mit taifun fightern der bundeswehr die luftwaffe setzt ihre tradition der internationalen zusammenarbeit fort insbesondere im rahmen der nato und anderen multilateralen organisationen die partnerschaft mit anderen luftstreitkräften ermöglicht den austausch bewährter verfahren gemeinsame übungen und die stärkung der kollektiven sicherheit insgesamt hat sich die luftwaffe der bundeswehr seit ihrer gründung im jahr 1956 von einer bescheidenen anfangsphase zu einer hochmodernen und vielseitigen teilstreitkraft entwickelt die fähigkeit zur luftraumüberwachung luftverteidigung aufklärung und unterstützung von bodentruppen machen die luftwaffe zu einem unverzichtbaren instrument in der verteidigung deutschland und des friedens in der welt als nahe projekte in der zukunft wird die bundeswehr den us amerikanischen f 35 jet die lightning 2 sich beschaffen ja freunde das waren ein paar fakten zur luftwaffe der bundeswehr kommen wir jetzt aber zum euro fighter den euro fighter taifun eben der luftwaffe hier dem kobe set 5848 freunde viel spaß beim review nach zwei stunden bauzeit steht er da unser euro fighter aus der armen ford serie von kobe die 5848 644 steinchen unseren euro fighter der german air force auf deutsch der luftwaffe ich habe euch die china mal daneben gestellt den euro fighter fgr4 oder fgr4 der royal air force hier in der lackierung des battle of britain marion day die china nur damit ihr euch mal ein bisschen so ja vergleichenden blick schlappen könnt ich muss sogar sagen bevor wir jetzt auf die details gehen die natürlich fast gleich sind bis auf die unterschiedlichen farblichen steine dass ich den grauen euro fighter also unseren von unseren steuergeldern bezahlten euro fighter irgendwie cooler finde irgendwie schluckt dieses grau auch den ein oder anderen ja wie soll ich sagen bau oder design fehler den die euro fighter von kobe haben und das sind nämlich hier diese hässlichen lufteinlässe zuerst hier ein paar steinchen sind über sogar so eine große einmal vierer fließe so eine schmale ich habe mich wahrscheinlich irgendwo verbaut habe wohl irgendwo diesen stein vergessen ich weiß sogar wo sehe ich gerade hier am lufteinlass zeige ich euch gleich fangen wir mal an mit dem stand und der gefällt mir besonders gut hat mir auch schon bei der gina gefallen ich packe mal ganz kurz den euro fighter hier auf seine räder und zwar ist das nämlich hier die 2 x 6er flat teil mit der schwarz-grut-goldenden fahne und ganz schlecht euro fighter scale 1 zu 48 hier beim englischen oder beziehungsweise beim britischen nicht englischen wirkt etwas voller aber ich mag hier diese schlichtheit auch mag ich generell hier diesen trends clear kaffee umrührer diesen stand trotzdem wirkt er hier unten da hätten sie noch steine reinpacken können da sie bitte gespart aber ich finde es ganz gut ich habe ja oder ich werde je nachdem das video hier veröffentliche noch ein anderes flugzeug ein großes flugzeug gereviewt da sind mehr steine drauf da freue ich mich hier bei diesen flugzeugen haben wir ja keine richtigen minifiguren immer so ein pluspunkt da brauchen auch keine noppen da kann man dann ruhig beim stand ein bisschen sparen freunde ihr seht schon hier so ein so ein kleines problem was ich mit dem euro fighter habe er wirkt hier so ein bisschen sehr tiefer gelegt ich packe jetzt den zur seite hier und auch die übrig geblieben steine und den der china nämlich auch mal ab ihr seht die wirken immer so ein bisschen ja ja tiefer gelegt ist vielleicht im echt auch so das weiß ich nicht stand leider noch nicht neben einen ich kann euch dann nur den youtube kanal wo ich das intro mir hier quasi gemobst habe empfehlen habe ich und noch in der video beschreibung da unten verlinkt da seht ihr den euro weiter richtig toll in par excellence und auch sogar ein tornado zu dem kommen wir am schluss noch mal sogar ein bisschen da gibt es ja auch eine kobe geschichte da seht ihr ein paar starts und überflüge vom euro fighter also lasst da mein abo da und daumen hoch ich nehme ja öfter mir hier solche videos für die intros und supportet mal die leute da also den habe ich jetzt unten verlinkt ist ein deutscher meine ich auch hat viel zu wenig abos für dieses alleine für dieses video gehört ihn schon mehr ja respekt gezollt das dafür also ihr seht bisserl ja tiefer gelegt wirken hier die flugzeuge beide aber bei unserem deutschen und da kommen wir vielleicht zum großen pluspunkt liegt es auch vielleicht daran an der massiven zusatzladung wir haben hier unten wirklich eine ganze menge raketen fast jeder schacht ist belegt außer hier die außen lastträger die sind nicht belegt sonst habe ich wirklich alles voll und das finde ich cool auch sogar hier hinten die lastträger sind belegt richtig cool da würde ich ein bisschen angst kriegen wenn ich mit meiner mig 23 über die ostsee fliege und so eine alarm rotte mir entgegenkommt zu recht wir haben hier leider bei diesen silberteilen immer diese lack nasen das gefällt mir gar nicht cool gelöst finde ich hier auch wie bei der anderen bei der china dass wir hier die triebwerke mit gummi reifen gemacht haben hier und dann diesen verengung form teil nenne ich es mal richtig cool aber hier ist blöd das ist ja mir gefällt diese große lufteinlass nicht und da seht ihr auch da habe ich halt diese einmal vier fließe vergessen da ist sie ja sei es drum sei es drum schön sind die drucke ganz schlicht natürlich wir haben hier einen roten streifen werden hier unsere landes flagge da auch diese vier kästchen hier die kennung 30 28 und auch hier ein roter punkt beziehungsweise auf beiden seiten haben wir den und auch hier drei gelbe streifen genauso wie bei unserer china sonst wie gesagt haben wir hier keine drucke auf der anderen seite natürlich genau das gleiche die pilotenfigur ja halbe figur arme nach vorne ihr wisst es ist immer so eine sache also der bau hat spaß gemacht der bau macht richtig spaß weil ich mag es mit diesen slopes zu arbeiten ich nenne sie mal slopes diese 500 breiten mit ja fläche in der mitte wo wir dann halt hier diese einmal vierer rundelemente drauf packen können also dieser bau macht richtig spaß auch weil diese tolle flache flügel form und da durchkommt wir haben ja auch diese abgerundeten slopes diese drei jahre ich glaube drei tief drei hoch und dann zwei oben bei der verjüngung die wir jetzt ja seit der f35 meine ich haben auch richtig cool oder auch beim ich glaube auch beim polnischen abrahams war der auch dabei beziehungsweise waren sie mit als erstes dabei bei den abrahams und bei der f35 das macht spaß so kriegt man richtig gut diese abgerundeten aber dennoch eckigen flügel hin richtig cool wie gesagt lufteinlass der hat eine coole bautechnik zum bauen so aber es sieht halt einfach blöd aus generell das ganze eckige hier das hätte man vielleicht schöner lösen können trotzdem bin ich froh jetzt hier einen deutschen eurofighter zu haben das fahrwerk könnt ihr abmachen ist nur gesteckt hier an den noppen wie gesagt von unten hier ist ein bisschen schade weil wir nur die rakete quasi an einer stange auf die cclean packen aber und dadurch hat immer so ein bisschen das so schräg stehen kann sich aber trotzdem haben wir hier mal wirklich ein pickepacke vorgepackten düsenjäger einen kampfjet und das sieht dann von unten schon cooler aus also auch den könnte man sich vielleicht verkehrt herum unter die decke hängen so von oben und dann runter gucken das sieht halt schon sehr realistisch aus hier vorne unsere vorderflügel können wir auch wieder anstellen die sehen zwar genauso aus wie bei der saab aber ist halt bautechnisch einfach so ist ja auch ein markantes zeichen vom eurofighter also richtig cool optisch wie gesagt bautechnisch sind sie beide gleich also ich habe mir jetzt hier wirklich ja keinen unterschied gefunden hat mir die mühe gemacht aber ich finde kein aussaggut gleich habt ihr gesagt als ich beim luft einlass verbaut habe deswegen hier diese fliese über geschenkt also ja ihr müsst es sagen welchen findet ihr besser schreibt mir das bitte 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 in die kommentare werde ich euch auch gleich am ende noch mal darum beten einfach weil ich es wissen will wieder noch ganz unschlüssig ist es der graue hier ganz schlicht ist es der china ganz bunt ist es vielleicht dann doch der den ich habe der österreichischen luftwaffe oder dann doch auch der der italienischen ich weiß es nicht soll ich mir beide kaufen und euch vorstellen schreibt es bitte einfach mal in die kommentare ja ich packe jetzt beide wieder auf ihre stände ich habe ständer gesagt dann gehen sie ins regal ich freue mich dass meine sammlung größer geworden ist und ihr seht vor allen dingen gleich ein paar detail fotos dann könnt ihr euch selber noch mal ein bild machen auch diesen satz hört ihr gleich noch mal das ist mein standard satz ich bin froh mir den gekauft zu haben ich habe ja wirklich nicht viel zu meckern außer dass ich ihn wie gesagt so ein bisschen tiefer gelegt finde und vorne diese lufteinlass geschichte die gefällt mir nicht plus dieses metallic aber auch bei dem schon nicht und das wird mir wahrscheinlich auch beim nächsten flugzeug wo sie so machen nicht gefallen also da könnt ihr dann schon wenn ich das sage beim nächsten video dass solche sachen hat schon fast vorspulen nicht ausschalten nur vorspulen ja also das war's hier beim review ihr bekommt detail fotos und dann sehen und hören wir uns zum abschluss noch einmal ja freunde wie immer an dieser stelle bekommt ihr ein paar detail bilder um euch selber noch mal einen eindruck vom set hier der 5848 des euro fighters der luftwaffe von kobe zu verschaffen was ich euch noch mitteilen wollte ist was ich auch im letzten video zur china gesagt habe zur 5843 ist dass ich den lufteinsatz schon cool gebaut finde gerade hier mit diesen tubes und diesen brick modified vorn und hinten offen und diese anwinkelung plus den hinges also seine tolle bau technik aber sie trotzdem etwas wulstig aus ich hatte euch angeteasert dass sich die luftwaffe gefragt habe um was für ein flugzeug es sich da genau handelt ich habe es getwittert bzw heißt es ja heute die x denn twitter heißt jetzt ja nur noch x aber leider hat mit der account der luftwaffe nicht geantwortet also habe ich selber bisher gegoogelt und kann euch sagen dass alle euro fighter in der bundeswehr die kennung 30 und dann zwei zahlen haben oder 31 also fängt es an eigentlich von 30 01 bis 31 99 was aber nicht so ganz passt denn die bundeswehr hat so um die 138 euro fighter und unser euro fighter hier hat ja die 30 28 was aber passt denn auf dem euro fighter wäre vorne noch so ein kleines er ich habe ein original foto gesehen das hänge ich hier hinten noch an diese bilder show dran es handelt sich nämlich hier wahrscheinlich um einen euro fighter des taktischen luftwaffen geschwaders 71 richthofen lustigerweise habe ich vor geraumer zeit schon einmal über erich hartmann gesprochen der war ein immer der kommandant dieses geschwaders beziehungsweise der vorgänger dieses geschwader ist in widmund in niedersachsen und da gibt es eine 30 28 das geschwader hat 28 euro fighter also müsste das eigentlich der letzte sein wenn ihr aber mehr wisst schreibt mir das gerne bitte mal in die kommentare schön getroffen eigentlich hat kobe hier wirklich alles richtig gemacht nur ist seine er hätte man noch vielleicht mit drauf drucken können also das waren die fakten zum set wir schauen uns zum abschluss noch einmal in die augen liebe freunde ja freunde bevor ich euch ohne meldung hier entlasse was haltet ihr vom euro fighter dem kubi set 5848 der luftwaffe schreibt mir das bitte unten in die kommentare wir haben jetzt ja hier auf dem kanal schon den der raff die gina vorgestellt in diesem memorial battle of britain lackierungen und jetzt haben wir hier diesen wunderschönen lebensbejahenden traum in mausgrau was ist euer liebster euro fighter schreibt mir das unten in die kommentare vielleicht habt ihr ja schon in italienischen oder österreichischen gesehen und wenn ihr wollt dass ich den auch noch vorstelle also einen der beiden oder beide schreibt mir das auch bitte unten in die kommentare ich würde es echt gerne wissen die meisten haben gesagt hier der der luftwaffe ist die prio deswegen habe ich den euch noch vorgestellt aber ich möchte schon gerne wissen was ihr sehen wollt also gibt mir da gerne feedback gibt mir gerne auch feedback daumen hoch daumen runter das würde mich mal interessieren vielleicht abonniert diesen kanal ich weiß dass über 50 prozent der menschen diese videos hier gucken den kanal nicht abonniert haben würde mich freuen und wenn den kanal abonniert hat drückt bitte die glocke dann bekommt nämlich eine benachrichtigung von youtube wann ich ein neues video veröffentlicht habe das hakt zwar immer ein bisschen aber wäre doch schade wenn ihr das ein oder andere videos von mir verpassen würde oder ja freunde danke fürs zuschauen bei einem flugzeug natürlich wie immer guten flug aufwiederbauen euer freund der blöckstern